Hallo und herzlich willkommen aus dem slowenischen Wald. Mein Name ist Jan Lessmann und heute geht es um die Bildbearbeitung und unseren Patreon-Kanal, der seit einer Woche am Laufen ist. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass schon so viele dabei sind und uns unterstützen, uns Vertrauen schenken und das freut uns natürlich total. Wir haben aber eine kleine Änderung vorgeschlagen und gemacht und zwar geht es um die Bildbearbeitung. Bildbearbeitung ist ja ein großer Teil in der Naturfotografie oder generell in der Fotografie allgemein und vor allem auch ein sehr kreativer Teil. Und das möchten wir gerne auf unserem Patreon-Kanal mit euch ein bisschen weiter ausführen und da brauchen wir euch und eure Bilder. Denn wir möchten gerne zeigen, wie wir unsere Bilder bearbeiten und nicht nur unsere, sondern eben eure. Und deswegen könnt ihr jetzt einen kleinen und einen großen Steinkauz bei uns buchen und uns dann pro Monat ein Bild schicken, was wir dann diskutieren, kritisieren, bearbeiten und wieder an euch zurückschicken. Und bevor ich gleich live hier für euch ein Bild von Hermann kritisiere und bearbeite und wir das mal durchspielen, wie das dann aussieht, möchte ich mich erstmal nochmal ganz herzlich bedanken für die Leute, die ja schon bei uns Patron sind. Und vor allem auch nochmal das System ein bisschen erklären, warum wir das überhaupt machen. Es fühlt sich ja erstmal komisch an. Warum geht es hier auf einmal um Geld? Vorher waren die ganzen Videos doch auch kostenlos. Sie bleiben auch alle kostenlos und wir werden das weiterhin auch genauso hier auf unserem YouTube-Kanal machen. Wir möchten euch nur anbieten, uns zu unterstützen, damit wir unseren Traum von der Naturfotografie so leben können, wie wir das leben möchten. Denn als Künstler in der Naturfotografie zu leben, ist gar nicht so einfach und man muss häufig eben alle Entscheidungen ein wenig nach einer gewinnmaximierenden, also gewinnmaximierende Entscheidung treffen. Und die stehen manchmal eben im Gegensatz zu Entscheidungen, die man einfach künstlerisch treffen möchte oder die einfach nur mit der Natur zu tun haben. Und für die es keinen direkten monetären Wert gibt. Wäre auch alles schön, wenn es das nicht geben würde. Nur irgendwie wollen wir da natürlich auch von dieser Naturfotografie leben und das professionell betreiben und nicht eben nur als Hobby. Und hoffentlich kommt das Ganze dann auch bei euch an und ihr könnt da profitieren, dass wir das quasi als Fulltime-Job machen können. Was ist denn jetzt aber Patreon? Patreon ist einfach eine Seite und eben auch eine App, die ihr euch runterladen könnt. Und da zeigen wir jetzt immer dienstags und freitags, gibt es einen Kanal von uns, wie auf Instagram und Co., wo wir ein Bild zeigen von uns immer am Dienstag oder am Freitag. Heute zum Beispiel, nee, gestern, habe ich ein Bild gepostet von unserem Schottland-Buch und die ganzen Auflistungen, was wir da jetzt alle gemacht haben und wie man sowas druckt. Es kommen ganz viele neue Bilder, das habt ihr ja letzte Woche auch schon alles gesehen. Also das ist die kleine Zeitweise-Galerie, in der wir machen können, was wir möchten. Und da seid ihr mit einem Euro dabei. Da kommt gar nicht so viel bei uns an. Patreon holt sich da auch noch ein bisschen was von. Es soll einfach irgendwie eine Möglichkeit sein, frei von Werbung und vor allem auch in sehr großer Größe unsere Bilder zeigen zu können. Da könnt ihr gerne dabei sein und uns mit einem Euro unterstützen. So, dann gibt es noch die 10 Euro, die ihr einfach als quasi Netflix-Abo für YouTube sehen könnt. Falls ihr unsere Videos einfach unterstützen möchtet, könnt ihr das machen. Und ihr habt auf jeden Fall auch Zugriff auf diese Bildbearbeitungsvideos, um die es jetzt gehen wird. Also das ist quasi ein Unterstützer-Abo mit Bildbearbeitungsvideos, die ihr euch dann auch auf diesem Patreon-Kanal angucken könnt. Und dann gibt es eben den kleinen und großen Steinkauz, in dem ihr eure Bilder eben zu uns senden könnt. Und das erkläre ich euch jetzt mal, wie das hier funktioniert und wie wir dann ein Bild bearbeiten. Ihr seid also nun hier auf unserer Patreon-Seite gelandet und ihr möchtet, dass wir ein Bild von euch bearbeiten. Deswegen müsst ihr euch für den kleinen Steinkauz entscheiden. Bei zwei Bildern, wer ist der große Steinkauz? Dann geht ihr hier auf Level sichern und dann könnt ihr euch hier anmelden und mit PayPal oder der Kreditkarte bezahlen. Und schon haben wir einen Kontakt hergestellt und ihr bekommt einen eigenen Dropbox-Ordner in unserer Dropbox bei den Steinkötzen. Und der nette Herr Hirsch hat mir hier auch schon ein Bild geschickt. Das ist ja wunderbar. Dieses Bild möchte er kritisiert und bearbeitet haben. Das machen wir doch gleich. Das ziehe ich dann in Lightroom. Und schon haben wir hier dieses Bild, was wir erstmal oder was ich erstmal kritisieren möchte. Also, was mir gut gefällt an dem Bild ist natürlich hier das Morschneehuhn. Und die Anmutung ist super schön. Der Hintergrund ist schön aufgelöst. Es ist so ein bisschen hier mit diesen Gräsern ein bisschen versteckt, was ja auch zum Morschneehuhn passt. Also das finde ich alles gut. Schöne Farben, richtig belichtet. Schärfe ist auch gerade so okay, aber das geht schon. Und ja, also eigentlich ein gelungenes Bild. Aber es stören mich natürlich noch einige Sachen. Und zwar sind das hier so helle Bereiche, die mich stark ablenken. Hier unten ist irgendwas, was ich nicht so gerne mag. Dass dieser hier, dieser Halm hier direkt durch den Kopf geht, finde ich auch nicht so schön. Hier oben ist noch was Helles. Also ich kann mir hier vorstellen, dass wir hier mit einer Bearbeitung noch viele gute Ergebnisse herausbekommen. Womit fangen wir also an? Grundsätzlich mag ich das hier, gucke ich mir erstmal an, was ist das Hauptmotiv des Bildes. Das ist natürlich dieser Kopf hier, der rote Kamm, dieser rote, der weiße Augenring. Das finde ich schön. Und das können wir herausfiltern, wenn wir das ganze Bild ein bisschen dunkler machen. Das heißt, ich mache das Bild dunkler und gerade mit dem Kontrast gehe ich hier ordentlich nach oben. Ich verstärke das Weiß wieder, damit hier dieser Augenring weiter herauskommt. Und das Schwarz nehme ich auch noch ein bisschen zurück, sodass ich eher eine dunkle Anmutung habe. Das gucke ich mir jetzt direkt mal an. Aha. Was direkt auffällt, ist, dass der Kopf hier viel besser herauskommt. Also damit können wir weiterarbeiten. So. Was jetzt kommt, ist der Schnitt. Ich muss mich erstmal um den Schnitt kümmern, bevor ich jetzt mich an die Details wage. Und hier kann ich mir mit Lightroom ja so ein Overlay anzeigen. Mit O kann ich das auch verändern. Aber ich bleibe mal bei dem Klassischen. So. Und jetzt würde ich sagen, okay, dann lege ich ja mein Auge jetzt hier auf seinen Schnittpunkt. Und zack, bumm. Fertig ist das Bild. Ich habe ein bisschen Platz. Das Huhn kann hier irgendwie ins Bild gucken. Das dunkel ich jetzt ein bisschen ab. Und dann ist gut. Aber dann stört mich hier unten eigentlich noch diese Heide. Und auch diese Streifen, diese Gräser stören mich doch ein bisschen. Deswegen wage ich vielleicht einen etwas anderen Schnitt, einen mutigeren Schnitt. Ich habe ja hier 24 Megapixel. Das reicht für so einen Beschnitt aus, wenn man es nicht in 4x5 Meter drucken möchte. Und ich gucke mir mal an. Lege ich das Auge hier unten hin, hier hin oder eben auch hier hin. Hier habe ich dann nämlich noch diese schön geschwungenen Linien. Und das sieht, glaube ich, sehr, sehr cool aus. Und so, zack, bumm. Nun, ja, haben wir das Ganze ein bisschen gestaucht. Das hier unten stört natürlich noch ein bisschen. Aber grundsätzlich finde ich es sehr schön, wie diese Gräser hier mit dem Huhn harmonieren. Vielleicht kann man es sogar noch ein bisschen drehen. Es wirkt so ein bisschen schief. So, jetzt sitzt es auch gerade. Und was man jetzt noch machen kann, um den Effekt ein bisschen zu verstärken, dass dieses Orange, das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Und um das Orange jetzt noch deutlicher herauszubringen, gehe ich mit der Temperatur ein bisschen ins Blaue. Und schon kommt dieses Orange ein bisschen mehr heraus. Vielleicht noch mit ein bisschen Dynamik wieder herein, sodass ich eher ein bläuliches Bild habe. Und dieses Orange hier einzeln steht. Das gefällt mir sehr gut. Gucken wir uns jetzt noch mal an. Ja, das sieht super aus. Und jetzt können wir hier noch mal ganz unten gucken. Eine Vignette können wir auf jeden Fall gut hier rumlegen, damit der Blick noch ein bisschen in die Mitte gerichtet wird. Und so sieht das doch sehr schön aus. Dann verliert das Ganze hier an Details. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Und das machen wir mal direkt. Das stört ja doch ein bisschen. Das könnte man jetzt stempeln. Wenn ihr Lust auf Stempeln habt, könnt ihr das machen. Ich mache das nicht so gerne. Ich möchte das hier einfach eher ein bisschen abdunkeln. Also diese Ecke dunkel ich ein bisschen ab. Was habe ich gemacht? Hier nehme ich einen Pinsel. Und dann kann ich nur in diesem Bereich das abdunkeln. Und damit jetzt nicht nur diese Ecke so dunkel erscheint. Ich möchte es jetzt wirklich ganz dunkel haben. So. Schwupp. Weg ist der Zweig. Gehe ich hier auch noch ein bisschen mit der Dunkelheit hinein in diese Ecke. Auch noch. So. Und jetzt habe ich wirklich meinen Blick klar hier auf das Huhn gerichtet. Was auffällt, ist jetzt, dass wir noch ein bisschen Feintuning betreiben können. Hier ist jetzt auf einmal so ein Blauton drin, den wir nicht haben wollen. Deswegen nehmen wir wieder einen Pinsel. Und dieser Bereich hier und dieser Bereich soll wieder wärmer werden. Ja. Und schon haben wir auch keinen Blau mehr da drin. Wir können den Kontrast noch ein bisschen erhöhen. Nicht viel. Lieber das Weiß ein bisschen nach oben, damit das noch ein bisschen mehr leuchtet. Und dann sieht das doch schon sehr, sehr schön aus. Vielleicht können wir sogar noch ein bisschen Lila hernein geben. Oh, nee. Das ist zu viel. So sieht das doch ganz gut aus. Und jetzt fällt mir noch auf, ah, hier oben ist es doch noch ganz schön dunkel. Das heißt, auch hier nehme ich mir wieder einen Pinsel. Und diesen, oh, nee, das war zu schnell. Diesen Bereich hier, den möchte ich jetzt noch ein bisschen heller wieder machen, damit ich da wieder ein bisschen Struktur drin habe. Vielleicht hier vorne sogar. Alles da, wo es ein bisschen dunkel ist, klicke ich einmal an, damit man da auch die schönen Federn sieht. Vielleicht sogar hier oben nochmal. So, hier unten ist es alles hell genug. Gerade diese Bereiche, da gehen wir mit den Tiefen auch noch ein bisschen hoch, dass man hier die Kante des Huhns auch gut sehen kann. Schwupp. Fast ein bisschen zu viel. Da muss ich nochmal nachjustieren. Also wieder ein ganz klein bisschen runter. So. Ja, und schon haben wir ein Bild, was sich doch stark von diesem Bild unterscheidet. Vielleicht ist es euch jetzt zu dunkel. Das kann natürlich sein. Also es gibt da unterschiedliche Geschmäcker, aber einfach nochmal, um zu zeigen, was so möglich ist, ist das auf jeden Fall sehr schön. Und so gefällt mir das Bild auf jeden Fall viel, viel besser als am Anfang. Wir können ja mal gucken. Ganz am Anfang sah es, boah, da haben wir aber schon viel gemacht hier. Ganz, ganz am Anfang sah es so aus. Das ist doch mal wirklich ein Unterschied. Jetzt sieht man auch, dass das hier alles weg ist und man wirklich auf sich darauf konzentriert, auf das, was wichtig ist. So, das zu dieser Bearbeitung. Dann exportieren wir das für euch und geben euch das RAW mit den XMP-Dateien wieder hier zurück in euren Ordner. Und dann könnt ihr euch das an eurem Computer nehmen und da da reingucken und damit weiterarbeiten. So viel also zur Bildbearbeitung von diesem Bild. Ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Und dann geht es jetzt zurück in den slowenischen Wald. So funktioniert das also. Deswegen meldet euch an und schickt uns eure Bilder, damit wir sie kritisieren und ja, wie in einem kleinen Seminar besprechen und bearbeiten können. Und ihr bekommt das dann eben direkt wieder zurück. Wir haben jetzt schon mehrmals die Antwort bekommen oder die Frage 150 Euro, seid ihr bescheuert? Das ist natürlich nur dieses ganz große Paket, woher man euch einen professionellen Rahmen baut. Und ihr einen Druck von uns bekommt, der allein schon 200, 300 Euro kostet. Plus Holz, plus Arbeitsstunden, plus viel Liebe im Detail. Und ihr müsst das ja nicht buchen. Es ist nur ein Angebot. Falls jemand Lust darauf hat, könnt ihr das gerne machen. Ja, und ihr könnt uns ja auch gerne eure Meinung dazu sagen hier in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Es fühlt sich nach wie vor für mich komisch an, auch irgendwie nach Geld zu fragen oder eher nach monetärer Unterstützung zu fragen. Das ist irgendwie nicht üblich auf jeden Fall und fühlt sich auch irgendwann falsch an, wenn man das jetzt ein Jahr einfach so kostenlos gemacht hat und es ja irgendwie auch funktioniert hat. Aber wenn wir das langfristig machen möchten, dann müssen wir uns was überlegen. Und wir wollen nicht in diese Falle geraten, dass wir auf einmal nur noch eine Marketing-Fotografie-Sparte sind. Und deswegen, ja, sind wir auch auf euch angewiesen. So, jetzt habt einen schönen Sonntag und ich wünsche euch viel Spaß draußen in der Natur. Hört gerne in unseren Podcast herein. Den gibt es ja jetzt auch seit Neuestem, in dem wir wieder viel über Natur quatschen und uns über Grünfinken, Distelfinken, Gierlitze, nee, Stieglitze und Dumpfaffer austauschen. Also schaut mal rein. Und den Trick des Tages gibt es natürlich auch noch von uns. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche. Tschüss.